Immer mehr Witwenrenten werden nach dem Sterbevierteljahr nicht mehr ausgezahlt. Grundeinkommensanrechnung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung sagen es uns oder die Statistiken, immer mehr Witwenrenten, das sind also die Rentenleistungen an Witwen, die verheiratet waren und deren Ehegatte verstorben ist. Also ich spreche von dem weiblichen Pendant der hinterbliebenen Rente. Wir haben ja auch noch die Witwer-Rente. Diese Damen bekommen oder viele von den Damen bekommen die Witwenrente nicht mehr ausgezahlt. Und der Grund ist relativ einfach. Es gibt die Einkommensanrechnung. Und ganz interessant an den Zahlen ist, wir haben hier einen Zeitraum von 1992 bis 2022 und im Jahr 1992 wurden damals 4.500 Witwenrenten wegen Einkommensanrechnung nach dem Sterbevierteljahr nicht mehr ausgezahlt. Und im Jahr 2022 sind es schon 106.000. Das heißt also, dass über 23-fache Erhöhung an Fällen, die die Witwenrente nicht mehr ausgezahlt bekommen. Was bedeutet das für die Praxis? Für die Praxis bedeutet das, erstens, wir haben immer mehr Frauen, die eigenes Einkommen haben, was ja, sagen wir mal, nicht schlecht ist. Zum Zweiten steigen natürlich hier auch die Zahl derer, wo die Witwenrenten nicht mehr ausgezahlt werden und die deutsche Rentenversicherung spart da erheblich an Geld. Zumindest diesen Rückschluss kann ich daraus ziehen. Das heißt also, die Versicherungsgemeinschaft wird insgesamt aufgrund Wegfall von Zahlungen der Witwenrente hier entlastet. Noch eine ganz andere Zahl, die möglicherweise auch interessant ist. Im Zeitraum von 1992 bis 2022 sank die Zahl der gezahlten Witwenrenten nach den statistischen Angaben der DAV von über 5 Millionen auf ca. 4,5 Millionen Bestandsfälle. Wir haben noch einen ganz anderen Trend. Da sieht es so aus, dass in den vergangenen Jahrzehnten bei den männlichen Hinterbliebenen, das heißt also bei den Witwen, einen gegenläufigen Trend zu betrachten ist. Hier ist es einfach so, dass die Zahl der verstorbenen Frauen sozusagen immer mehr ansteigt und hier die Witwerrenten letzten Endes hier entsprechend immer mehr steigen. Das heißt also, die Zahl der gezahlten Witwerrenten von rund 144.000 im Jahr 1992 sind bis zum Jahr 2022 auf 736.000 Fälle gestiegen. Das ist eine ganz interessante Zahl. Aber im Kern können wir sagen, die Einkommensanrechnung führt dazu, dass entweder zum Teil oder voll Witwer- oder Witwenrentenansprüche ruhen können. Es ist natürlich wie immer im Leben eine individuelle Entscheidung und Betrachtung und Berechnung jeden einzelnen Falles, ob tatsächlich die Einkommensanrechnung dazu führt, dass Witwen oder Witwerrenten hier zum Teil oder voll ruhen. Denn es kann nämlich auch unter Umständen unter dem Stichwort Altfälle, das merken Sie sich bitte, Altfälle, Altrecht, Anwendung des § 114 SGB IV, auch dazu führen, dass bestimmte Teile von Einkünften nicht an Witwen oder Witwerrenten anrechenbar ist. Aber das muss auch wiederum individuell geprüft und berechnet werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich wünsche Ihnen eine Runde und dem